Willkommen zu den heutigen Vivi-News Jurassic Park. Erlebt ein Comeback auf der Vivi-App mit wirklich ikonischen Collectibles. Unter anderem sehen wir einen sehr neuen Artist auf Vivi und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal den Omikus an. Das war noch sehr viel mehr heute in diesem Video. Willkommen und Borde, ich bin's dein Captain, dein Vivi-Oji mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Heute wieder mit einer Menge, Menge Themen mit dabei. Ich kann dir aber auf jeden Fall auch nur empfehlen, falls du mein gestriges Video hier nicht gesehen hast, schaust dir definitiv an. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Video. Unter anderem ging es dort um UUP, was einen sehr großen Einfluss jetzt auch auf den Omikus hatte. Schau dir auf jeden Fall das Video an, dann weißt du mehr. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle auch direkt mit dem nächsten Comic und zwar nämlich Fantastic vor Hashtag 66. Ich habe das Ganze schon vorgestellt. Wir haben jetzt aber hier nochmal die Drop-Details. Das Ganze wird am Donnerstag um 7 zur deutscher Zeit droppen. Einmal hier mit diesen Covern. Mir persönlich gefällt hier wirklich die Ultra extrem gut. Schreib mir gerne auch mal deine Meinung zu den Covern in die Kommentare. Und wir haben an dieser Stelle hier eine Initialzahl von 10.000 Stück und einen Listenpreis natürlich wie immer hier von 7 Gems. Ansonsten nochmal ganz kurz hier die Übersicht auf Go Collect. Hier haben wir bei der 9.8 einen Verkauf von 20.400 in etwa. Das ist schon mal gar nicht so schlecht aus 2021. Wenn man sich aber auch die weiteren Preise hier anschaut, sieht man auch, dass es doch tatsächlich relativ schnell abfällt. Für mich persönlich auf jeden Fall nur vom Cover ein interessantes Comic. Ansonsten für mich ist der Comic auf jeden Fall ein Skip. Ansonsten eine ganz kurze Ankündigung und zwar nämlich für den Donnerstag um 20. deutscher Zeit werde ich wieder live gehen. Und unter anderem werden wir dort auch den UUP-Prozess und wie es weitergehen wird insgesamt nochmal aufrollen und nochmal weiter besprechen. Und vielleicht auch ein bisschen spekulieren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du da am Start bist. Unter anderem gibt es auf jeden Fall noch ein sehr interessantes Community-Announcement dort. Deswegen auf jeden Fall einschalten. Und ansonsten kommen wir zu Jurassic Park und hier wird es nämlich zum 30. Jubiläum von Jurassic Park ein Comeback geben. Und zwar nämlich auch aus dieser Zeit von vor 30 Jahren, denn wir werden Collectibles aus dem ersten Film von Jurassic Park sehen. Wirklich sehr ikonisch mit insgesamt vier Collectibles werden wir das Ganze sehen im Blindbox-Format am Freitag um 17. deutscher Zeit. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im Trailer an. Wie ihr vielleicht selber schon feststellen konnte, das waren auf jeden Fall einige Collectibles dabei, wo man echt so dachte, okay, hey, was soll das denn jetzt? Beispielsweise die Spraydose, wo aber tatsächlich ja das im Prinzip eine Krylogen-Kapsel ist, ist tatsächlich sehr interessant. In Zukunft könnte man eventuell natürlich damit auch irgendwas machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Drop jetzt sein, den wir von Jurassic Park dieses Jahr sehen werden. Ich gehe davon aus, dass wir hier bestimmt noch ein bis zwei Drops sehen werden. Auch erst recht zum 30. Jubiläum. Vielleicht sogar noch aus dem alten Film. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Schreib mir doch auf jeden Fall deine Meinung zu dem gesamten Drop unten in die Kommentare. Als nächsten Drop sehen wir dann sogar einen doch meiner Meinung nach recht coolen Drop. Und zwar nämlich hier von Nathan Sawyer. Und das Ganze wird hier insgesamt mit drei Varianten von diesem Collectible droppen. Und zwar nämlich am Samstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Und so sieht das Ganze aus. Das ist tatsächlich, wenn man es so mal rein technisch betrachtet, FA-Lego auf der Vivi-App. Weil hier einfach bei dem Collectible mit Lego gearbeitet wurde. Beziehungsweise man darf ja nicht Lego sagen, sondern im Prinzip Bausteine. Weil der Begriff Lego ja geschützt ist. Ich finde es persönlich aber wirklich sehr, sehr, sehr cool. Unter anderem ist das tatsächlich gar nicht mal wirklich von Nathan Sawyer lizenziert. Sondern tatsächlich in Zusammenarbeit mit Elmen X entstanden. Denn Elmen X ist im Prinzip an dieser Stelle hier der Lizenzgeber. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt natürlich auch viele weitere Sachen von ihm. Ich denke mal ein weiteres Collectible, was wir hier sehen werden. Und worüber ich mich jedenfalls sehr freuen würde, wäre dieses hier. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es in der Community ankommen wird. Du kannst mir sehr gerne mal deine Meinung zu diesem gesamten Collectible in die Kommentare schreiben. Ich werde jedenfalls den Job mitnehmen, sollte das Ganze nicht zu teuer sein. Beziehungsweise halt auch nicht zu viele Editions haben. Ansonsten gibt es auf jeden Fall noch eine ganz kurze Ankündigung von David Yu. Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen. Silicon Secure mit einer der größten Vivi-Wales in der App. Wie auch ein sehr, sehr großer Vivi-Verfechter. Ist tatsächlich vor einigen Tagen von uns gegangen. Und dementsprechend, weil er ein so großer Part der Community einfach war. Haben sich David und auch Dan dazu entschieden. Am 20. August, das heißt am Sonntag, bei dem nächsten Job im Prinzip eine Gedenkminute für ihn zu machen. Und zwar um 17.01 Uhr wird der Job dann im Prinzip erst ausgeliefert. Beziehungsweise erst machbar sein, mitzumachen. Denn ja, im Prinzip von 17.00 Uhr bis 17.01 Uhr soll das Ganze als Gedenkzeit genutzt werden. Einfach ihm zur Ehre. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Und ja, zeigt auf jeden Fall hier auch, dass David wie auch Dan hier die Community auch mit einbeziehen. Und auf jeden Fall auch, wenn sowas passiert, dementsprechend hier auf jeden Fall auch mehr oder weniger tätig werden. Ich finde es eine sehr coole Aktion. Und das auf jeden Fall nur als ganz kurze Info dazu. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns nochmal ganz kurz den Omikurs an. In den letzten 24 Stunden haben wir hier 10% plus. Und wie man vielleicht auch schon sieht, wir sind jetzt ein bisschen runter korrigiert. Wir sind nur noch bei 8, 7. Wir sind aber immer noch auf einem relativ hohen Niveau. Wenn man sich hier die letzten 24 Stunden anschaut, sieht man, wir sind hier auf jeden Fall nochmal ordentlich runtergegangen. Das ist aber gar nicht so schlimm, wenn man sich das Gesamte mal anschaut. Hier, wir haben einen schönen Pump gesehen. Und es war klar, dass jetzt auf jeden Fall auch mal eine gesunde Korrektur kommen muss. Für mich persönlich sieht das aber gar nicht so schlecht aus hier mit der Korrektur. Jetzt wird es spannend. Kriegen wir hier das Hai dann doch nochmal wieder geknackt? Oder nicht? Da müssen wir auf jeden Fall abwarten. Nichtsdestotrotz sieht das auf jeden Fall momentan nicht so schlecht aus. Wir haben hier keinen Fake-Out gesehen. Und eventuell ist das tatsächlich der Start für OMI auf dem Weg nach oben. Natürlich ist hier auch wichtig zu beachten, dass weiterhin von der UUP-Seite auch geliefert werden muss. Das heißt, wir sollten in diesem Jahr definitiv noch eine weitere UUP-Funktion sehen, um den Kurs hier auf jeden Fall weiter oben zu sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo es hingeht. Und ich werde dich natürlich hier auch weiterhin auf dem Laufenden halten. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt auch auf jeden Fall einen wunderschönen Morgen, Mittagabend. Und bis dann, ihr Käpt'n. Ciao, ciao.